Herzlich willkommen zum Block 2 für Trainingstag 1. Wir arbeiten heute etwas an unserem Handstand. Wir wollen aller 60 Sekunden für 15 Minuten 20 Sekunden den Handstand halten. Allerdings nicht irgendwie, sondern mit dem Gesicht zur Wand zeigt. Das führt uns mal der David vor. Sucht euch irgendwo eine freie Wand in eurem Häusle, tippt die Nase an die Wand, behaltet hier schön die Spannung, für 20 Sekunden halten und dann laufen wir wieder zurück oder ihr dürft heute mal zur Seite weg gehen. Das hat mir das letzte Mal verboten. Dann habt ihr 40 Sekunden Pause, um euch etwas zu entspannen, sodass ihr den nächsten Satz auch wieder durchhaltet. Als Alternative sucht ihr euch eine Bank, einen Tisch oder einen Stuhl und stützt euch dort für 30 Sekunden ab statt 20 Sekunden. Zusätzlich könnt ihr hier vielleicht noch eine zweite Bank holen und euch mit beiden Armen abstützen, sodass die Füße in der Luft sind. Ansonsten haben wir hier auch nochmal die Plank. Die haltet ihr dann für 40 Sekunden und habt dann dementsprechend, wie auf langen Arm, nur 20 Sekunden Pause. Das packen wir und dann haben wir das erste geschafft. Unser Workout 40-30-20-10. Air-Squad, Strict Sit-Up und Double Under. Diese Skills zeigt uns damit auch noch ein Adi-Squad. Schulter weiter statt, Füße parallel, Knie schön nach außen drücken, Hüftgelenk unter das Knie lenken und eine schöne aufrechte Brust behalten. Super. Danach kommen wir zum Strict Sit-Up. Beine auf hier wieder in den Boden pressen, als würdet ihr überhocken und ganz hinlegen, ganz aufrecht. Sehr schön. Übung Nummer 3 ist der Double Under. Jetzt schnappt euch euer Springseil, sucht euch ein nettes Plätzchen, wo ihr die Lampe nicht von der Decke reißt und springt hier mal für die Seile in ein paar Doppelstecken. Das dürfen auch ganz Dinge anderer sein. Wenn ihr kein Seil zum Springen habt, machen wir den Bingo In. Schlussschritt. Einmal die Luft, zweimal die Schenkel tippen und auch bitte tippen, wenn ihr in der Luft seid. Sehr schön. Zum Schluss nochmal eine Endurance. Achtmal 200 Meter laufen mit einer Minute 30 Pause. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns an Trainingstag 2.